Moin Moin, hier bin ich wieder, der Johnny mit dem nächsten Let's Play. Endlich wieder Wolf Team. Hallo. Der Raik ist auch wieder dabei, den hört ihr hier schon. Wie sieht's aus? Der muss gerade seine Waffen ändern, das muss ich auch mal eben machen. Erstmal verdammt, ich hab wenig Kohle, muss mir aber eine gute Waffe kaufen. Was kauft man sich da? Natürlich die Funax. Die muss sein. Guten Tag, erst mal rein. Wo ist die denn? Da, Pfannas, ist die gut? Ja, ich hab die jetzt, ja genau, geht doch. Ja, die ist okay. Reicht auf jeden Fall erst mal, würde ich sagen. So, wollen wir mal ausrüsten? Hier. Ich bin rausgerüstet. Ich denke auch, oder? Komm, wir müssen bereit drücken, die sind schon alle auch bereit. Wir schreiben schon wie verrückt. Mindestens zwei rüber, ja. Nee, hä? Hä, hallo? So, geht's. Bist fertig? Gleich. Ja, also wir sitzen hier nebeneinander, eher mit dem Laptop neben mir. Wie sieht's aus? Ich kann nie auf die Finger schauen. Alter. Achso, ja, stimmt. Das? Da holen wir mal die Pfannas rein. Hab ich doch schon, hier. Hm. Hm, da hat sich Pfannas rein. Super. So, komm, geh ab. Jetzt müssen wir echt mal bereit drücken, hier. Okay, komm. So, jetzt kann's losgehen. Ja. Sorry, aber ich muss mal jetzt. Ja, schön, ist okay. Ja, ist okay, so. Ja, schön, ist okay. Okay, so. Okay, geh ab. So, jetzt geht's echt hier los. Nein, du bist ja wohl nicht ne Uzi. Ja, dann entfangen die. Oh, nein, drin. Ah, das sind die blauen Team hier, ne? Oh, nein. Entschuldigung. Ich kann's auch nicht immer regeln, hier. Ich geh gleich rüber am nächsten Display, dann hast du genug Platz für deine Schlamperei hier. Oh, was soll ich? Ja, komm, wir gehen mal hier die Front ab. Sag ich mal. Ne, ich hab rein gewollt. Da ist einer drin. Da ist einer drin, wo ist er? Ja, hier wurde aufgeschossen. wo er hat in die beiden hat er geschrieben ja ich habe jetzt nicht wenig mann hier scheiße will ich auch mal meinen nach was auch nicht um guck zu mann ich finde sie gut muss ja immer ausprobieren ich nehme jetzt mal meine C5L ja, ne jetzt ist er wieder unten ist nach unten gesprungener Idiot das geile dran, ich krieg trotzdem noch 50 Punkte ne ich hab den äh ich krieg trotzdem noch 50 Punkte für alter für alter ich hab aber gar nicht geschossen das würde ich sagen ist mal lächerlich wie nennt er sich? Pisspumpe Pall auf, hier sind überall welche rum, zwei Stück, zwei Stück ey, wir haben Kumpel wie heißt der? ja Slipknot sonst wie ey wie üble Namen es gibt ey jo wir haben jetzt richtig viele Kumpels ne das macht auf jeden Fall Spaß, ich bin zwar nicht gut das ist vielleicht noch voll schlechte ja, numero uno ah der hat mich da sind voll viele drauf ne ja das kann ich man ja sorry, so gehts jetzt so jetzt geh ich mal mit der Fangs jetzt gehts los, jetzt geht bei mir erst das Spiel los der Fanax der Fanax der Fanax ich nenne immer Fanax keine Ahnung wieso Fanax ist doch ries ne es gibt nur Fanax äh Fanax nein, nein es gibt nur Fanax, ich hab nachgeguckt äh klar extra extra, ja aber ich hab extra im Shop nachgeguckt das heißt Fanax nicht Fanax ja ähm bald wird halt Raik auch die eigene Let's Plays machen dann werden wir auch mal Multiplayer zwei Let's Plays quasi gleichzeitig kann man fast sagen machen und werden uns dann hier mal verständigen ähm und dann könnt ihr euch entscheiden ja ich will mir heute mal Raik angucken ich will mir heute mal Johnny angucken oder ich guck mir den an ich guck mir den an ich guck mir den an ich guck mir das an das an oder ich will mir beide angucken wie die so zocken könnt ihr alles selbst entscheiden pass auf der kommt einer nach oben ich weiß das sind tausende ich hole dich ich hole dich ich hole dich fertig jetzt bis tot das sind richtig viele das sind richtig viele gewesen ich komm zu dir okay oh fuck ich werde zu diesem Teil ja auch ich da darf keiner sein also wo ist mein Visier bitte ich zähle in letzter Zeit gar nicht mehr richtig oh wo 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 drei Stück Digger hat ich habe Angst berechtigte Angst Quote 6,5 immer noch nicht schlecht ich halte meine Quote so ein bisschen ich bin zwar nicht Bester kann ich nicht da kann ich auf Distanz komme ich nicht gegen den an jetzt muss ich mal nah an meinen PC Bildschirm da klar die Leute nicht vor mir ich habe das ist das das ist ich bin ich sehen kommt zuerst da da mir tut ein Arm weh ich mich nicht richtig ausbreiten es aber ich bin direkt neben ihm hallo sie so so sicher den einmal ich habe ja wie sicher beide sind ja witzig hua achten da kommt einer komm den zweiten krieg auch noch gib mal ja nicht Musst du auch schön hier schrocken ich kann nicht mehr in die Deckung gehen wir rücken die ganze vor pass auf, komm wir an über die Seiten das ist wichtig ich greife Granaten und Granaten ab und Muni und Muni ich hab richtig viel Muni im Moment das geht eigentlich noch voll sicherst du hier im Eingang? nee du bist meine Gegner? ja super ah ja wir sollen ja mehr mit euch reden Entschuldigung ich schäme mich um mehr mit euch zu reden ja unser Team führt mit 18 Punkten wir sind echt gut dabei haben nur dabei haben Raik und ich angefangen es war anfangs ein echt kleines Team gegen 4 Leute sie haben uns gestemmt und wir haben es geschafft so eine Sprache wie bei Battlefield für Arme ich geb dir gleich mal Arme für Battlefield du bist du denn oh oh ich hab'n 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 Popokasmus 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 oh scheiße Fliege ey oh Brandgranate konnte ich nix machen wo 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 sind da welche? ja hier sicher sind beide welche? ja wir müssen sie gleich noch ein bisschen besser organisieren hier mit Laptop und so wir können uns nicht beide nicht so richtig ausbreiten aber das können wir auch gleich lösen kriegen wir schon hin bin ich zuversichtlich 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 egal in dem Fall seh' ich was oh fuck Feuerkorn hat sich gut verbrannt kacke ne? verbrennen ist ein doofer Arzt sterben scheiß Fliege ich hab'n gesagt du bist hier von allen Seiten abgeballert und was ist? er pustet ne Fliege weg ey wir haben die gleiche Quote L-O-L ist okay wow 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 ok damit hab'n ich jetzt nicht gerechnet ist er weg? ja Tatsache what the shit ich nehm' jetzt wieder meine Dings ich will nämlich jetzt Rang immer verbessern und dafür wenn ich meine Standardwaffe nehme krieg ich natürlich 50 Punkte immer rauf ne wisst ihr meine 50 Punkte rauf krieg ich immer und denn auch noch wenn ich damit kenne den krieg ich ist er schon weg ja ähm denn krieg ich natürlich viele Punkte das berücksichtige ich jetzt mal einfach nicht kurz 13-10 ich hab' hier 11-11 13-10 sorry schämlich von der Russia Russia oder was ich meine Russia oder was ne Russia ok da keiner da keiner ich wurde dann gerade abgeschossen und um die Ecke da steht ich hab' ihn immer getroffen ähm ich muss mal eben ganz kurz was in den Optionen ändern ich mag mein Dings nicht ähm ich mag mein Visier nicht wenn wir diese Umgebung haben dann ist ähm grün grün hab' ich ja sieht man gut ja guck mal ja alter warum bin ich tot ok Kurt ist der mal das Wort ne jetzt nicht mehr oh ich balle auf seiner Leicherung ich balle auf seiner Leicherung ich balle unerbitt mich auf seiner Leicherung ich bin ein Fanatiker wie für ach wat um Längen man wo lalala die kommen entweder von links oder von oben ich bin scheiße ja oh tschi da ist einer da ist einer ich hab' nur noch fünf Leben fuck wo ist einer hinten meine hier rein geh' also rein ich bin hier bei dir links weil ich lass mich lass mich lass mich und tot bist du nein du bist tot in drei Sekunden spätestens 1 2 3 dead 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 und er geht da hin da gehst du jetzt hin nein du bist tot nein Alter warum sind so viel vor dir Alter dann rück ich jetzt auch vor ist nur einer vor mir was hörf jetzt sind zwei vor dir ohne jedenfalls ich bin doch vor mir Jo okay komm warte bis die drauf geht man warte wie ist deine 16 13 deine 12 13 deine 12 deine 12 deine 12 deine 12 Alter ich vorkomm' meinen alter okay übel du wolltest grad deine schießen ne oh Gott die kommen immer zu dritt der kannst du einfach nix machen alleine das geht nicht ich habe dir einen gesehen oh der ist tot doch nicht der hängt da alter ach nicht da jeder nicht genau gute Idee mal überrecken du hast ja sind da welchen? Da ist einer. Einer oder mehr? Ich glaube einer. Oh, nee, der... Sieg, Sieg! Ja, das war's von unserem Let's Play und ich sag Bye-Bye! Bis zum nächsten Mal! Ciao!